Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Wir können den Weltraumtieren und stören, weil wir zuerst auf den Gästen. Wir sind in der Bunkeranlage. Wir sind in der Bunkeranlage. Wir sind in der Bunkeranlage.